Oh, hier sind Pflanzen. Bei mir ist auch ein Stuhl drin. Kann das sein, dass wir Sachen dreimal kriegen? Für Robins Haus? Ja, vielleicht wegen Robin. So, die Königin der Soßen Wiederholung. Okay, Mittwoch ist Wiederholung, ist doch Sonntag. Was? Hallo, mein Freund. Der Bergsee war mir in letzter Zeit wohlgesonnen. Ich würde gerne meinen Glück mit dir teilen, Linus. Ach so. Shashimi hat er mir gegeben. Was ist das? Shashimi? Ja. Wo haben wir hier Essen? Ich tue es mal hier rein. Boah, gleich mal gucken, wie das aussieht. Scheiße. Hätten wir das annehmen können, theoretisch. Aber das war ja ein anderer Tag. Shashimi, was ist das? Rohrfisch in dünnen Scheiben geschnitten, aha. Interessant. Da kam eine Fackel raus bei der Zeitung jetzt. Genau, immer die Eier rein. So, ab zu den Viechern. Oh, und hier... Die Gießen nicht vergessen. Unsere Pasten Nagen. Oh, kein Wasser. Den Pils mal schauen. Genau. Alle Pilsen. Da kommt einfach nur Scheiße raus, leider. Das hätte man wissen müssen vorher. Bei dem, was ich habe, ist besser. Also, muss ich ehrlich sagen. Da hast du einen Granatapfel, mal eine Kirche und so. Also, auch Sachen, die du fürs Gemeinschaftshaus brauchst. Pilsen sind aber auch nicht verkehrt. Irgendwann braucht man eben schon Daumen. Aber an sich, wir haben so viele Pils, jetzt können wir auch ein paar verkaufen. Blumentanz. Ah, Blumentanz. Hallai. Wir haben eh keinen. Ich habe meine Lea. Hoffe ich mal. Ich bin immer spannend, weil ich hatte die Penny mit vier Stern, glaube ich. Vier Herzen. Und die wollte auch nicht mit mir tanzen. Jetzt kann man Senf. Nee, Artischocken. Probier mal, ob ich die drei Gemüsesorten noch. Ah nee, wir haben ja nur... Egal, einfach probieren. Das ging. Krass, man kann ja alles zu Gelee machen. Oh, so ein Gemüsegelee. Ich kenne Gelee immer nur von Frucht. Aber da gucke ich mal im Laden. So Gemüsegelee, da gehe ich voll ab drauf. Bestimmt. Immer noch ein paar. Na klar. Bila. Ich dachte auch, das ist jetzt ein Wettrennen, oder was? Ich frage einfach jeden, der... Ach, vielleicht tanzt du irgendjemand. Lass mir ja die Blumen wegsnacken. Boah, wie dumm. Was hat er denn? Wir können sogar miteinander tanzen. Ja, wahrscheinlich müssen wir das auch. Ich probiere es erstmal bei... Blumenfassrezept. Boah, man kann ein Blumenfassrezept hier kaufen. Ich glaube, man kann... Dannler Vogelscheuche. Ich glaube, wir müssen miteinander tanzen sogar. Das wissen wir nicht. Wenn du alleine bist. Vielleicht frag erst mal. Doch, du musst die zweimal anquatschen. Beim zweiten Mal kannst du die fragen. Echt? Ja. Ich bitte leer. Und? Ja, sehr gerne. Mensch, Danger hat mal Glück. Ja, dann können wir schon anfangen. Danger hat mal Glück bei Frauen. Und das in dem fucking Spiel. Müssen wir zum Bürgermeister, oder? Wo steht denn der Louis? Ja, der ist oben. Hast du auch jemand? Nee, ich finde keinen. Ich bin bei niemandem. Also, ich habe mal die Penny probiert mit vier Herzen. Aber dann sagt die, nee. Also, ich brauche, glaube ich, echt noch das eine Herz mehr. Ich bin einfach noch durch hier bei der dummen Hayley. Komm, die ist stumm. Nee, die... Ich probiere es gar nicht erst. Ich weiß es, dass es nicht geht. Dann starte ich, ja? Ich pass. Dann fange. Keine Ahnung, was ich jetzt... Ich verkack eh. Ich kann nicht tanzen. Hahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Techno. Ja, da geht. Wo bin ich überhaupt? Ich weiß, wenn welche Kinder... Kinder auf dem Parkplatz. Die haben die ganze Zeit Hacke gehört. Weißt du, drüber. Ach, fort. Ach, du Scheiße. Machst du aber gut. Hä, musst du was machen? Nee. Wo siehst du... Was haben die für eine schwule Anziege an? Ja, außer ich, ne? Guck mal, wie ich weiter nach vorne gehe, weil ich kaum abwarten kann. Hab Druck! Ey, das war es jetzt, oder was? Echt sinnlos. Ich dachte, du kriegst irgendwas für den besten Tanz oder sowas. Kommt da was bei dir? Null. Ach so, ja. Kommt da, ich kann nicht. Kommt, ich geh warten. Behindert. Oh, guck mal. Einfach rein. Was machst denn du da? Komm, warte. Warte, halte du dir da. Fernsehen. Bin ich in der Soßen. Reiselbeer. Ja, hab ich auch gerade. Reiselbeer-Süßigkeit. Das ist doch nicht immer an, Mann. Yo. Ab ins Bett. Das war ja mal so ein richtiger Kacktag. Boah, haben wir wenigstens... Alter, krass. Was war das denn? Die Mayonnaise geht so ab, Alter. Geil. Aber guck mal, für vier nur noch neun. Nee, vorhin waren es mehr, ne? Waren es sechs, glaube ich. Ja, vorhin waren es sechs. Okay, gut. Dann geht trotzdem nur noch 1000. Kürbis eingelegt. Lol. Fast ein Acht. Alter, krass. Brauch mehr Kürbis. Kürbis erst. Aber Kürbis... Ach, das ist doch ein Kürbis. Den kriegst du mehr als für einen Diamanten. Aber Kürbis haben wir nur einen. Wir müssen dann... Oh, wir müssen gucken. Ich weiß nicht, ob das... Fernseh, im Fernseh kommt was. Oh, ja. Nein, ich habe eine Sequenz. Mit Lea. Ja. Schön. Sie hat mir ein Geschenk mitgebracht. Die Skulptur habe ich nur für dich gemacht. Ich erhalte Lea Skulptur. Ich nenne sie meine Gefühle für Danger Zockt. Ich hoffe, sie gefällt ihr. Echt? Ja, das ist wirklich so. Direkt verkaufen. Erinnert mich am Wasser. Kann ich jetzt nicht sagen. Nur so grob. Da hat mal ein Mädchen für einen Kumpel von mir was gemacht. Und der hat es einfach weiter verschenkt. Kackenbreis. Ah, jetzt kann ich die melken. Lol. Ich habe eine Milch bekommen. Du Milch-Bubi. Wie komme ich hier nicht raus? Da musst du halt gucken, ne? Ob wir die Milch vielleicht abgeben können. Gemeinschaftshaus. Ich glaube, Milch war dabei irgendwo. Schau mal. Oh, guck mal. Ein paar Pastinaken sind besser gewachsen als die anderen. Also haben wir auf jeden Fall... Ja, aber nur große Milch. Ach so. Aber da heißt es, bei den Pastinaken haben wir schon mit dem Dünger irgendwie was gut gemacht hier. Ja, es gibt ja auch Qualitätsdünger, dass die an sich hochwertiger sind. Das hätten wir vielleicht auch nehmen sollen. Aber man kann ja nur einen Dünger nehmen. Oh, warte mal. Es sind auch drei. Ja, guck, das hier waren... Ne, die drei sind komplett ohne Dünger hier, ne? Die oberen drei. Und das hier ist der Dünger, den wir schon ewig in der Kiste haben. Und das hier sind die 20 Einheiten Dünger, die ich bekommen hatte. Da haben wir noch zwei übrig sogar. Ja, die sind halt schon weiter. Ja, aber das heißt ja, wir haben ja... Wenn wir jetzt schon einen Tag damit gut gemacht haben, dann schaffen wir das ja noch. Ja. Hast du die Hühner schon gestreichelt? Ja, hab ich schon. Und Milch. Milch! Ah ja, wo wollte ich nachschauen? Bei... Das können wir wieder mit abgeben, hier, ne? Boah, die gehören doch da nicht hin. Ich glaube, ich hab bei den Pilzen jetzt noch nicht nachgeschaut. Alter, wir haben 41 gewöhnliche Pilze, aber... Ach nee, das hatte nichts gebracht. Haben wir, glaube ich, schon mal einen abgegeben. Ja, da macht es wahrscheinlich eher die Menge. Ja, aber ich glaube, wir haben es gelassen. Weil selbst bei hoher Menge war das so wenig. Aber ich wollte genau bei... Bei Kürbis. Wir haben noch einen fucking Kürbis. Aber im Herbst müssen wir richtig auf Kürbis gehen. Oder das ist jetzt nur so teuer, weil es ein Herbstprodukt ist. Und im Herbst selber ist es nicht mehr so teuer. Könnte sein. Äh, haben wir da noch irgendwie Herbstsachen? Frühlings? Ach so, das waren die Pastinaken. Frühling. Frühling, Frühling. Pack dir immer den Löwenzahn da rein. Warte mal, die Höhlenkarotte, die kann man ja nur finden, wenn ich da... ...so ein Dings draus mache. Oh, ist gerade voll alles. Ach ja, ich habe ja immer noch diesen... ...diesen Bauxit oder Backsit da. Brexit. Fix it. Brexit, ja. Ja, dann halt Tschüss, ihr Luschen. Oh, da ist wieder was fertig. Ah, direkt zu Lea runter. Kriegt, äh, Geschenk direkt wieder. Oh, ein Nackes... Ist das dann was Gutes oder nicht? Wenn was? Wenn die sagen, oh, das sieht sehr speziell aus als Geschenk. Danke, das sieht sehr speziell aus. Guck doch auf den Gesichtsausdruck. Ja, so ganz deuten konnte ich es nicht. Ja, ich hätte gesagt, ja, das taugt, ja. Ich denke auch, dass es okay ist, aber... ...muss man vielleicht wirklich mal so auf das Gesicht achten, ob die... Ich glaube, man hört es auch am Ton. Echt? Da habe ich noch nie drauf geachtet. Okay, ich habe... Das ist nichts für den. Klar, aber ihr hättet ja eigentlich wissen können. Ich gut finde, dass das nicht wie bei GTA ist, dass du immer wieder was schenken musst. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass das bleibt. Zumindest ziemlich lange. Also, weil sonst wäre es affig, wenn du jeden Tag nur am Geschenk verteilen willst. Naja, ich habe aber schon auch wieder Sterne verloren. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich lange nichts geschenkt habe oder... ...weil ich das falsche geschenkt habe. Pierre hat Geburtstag und die Emily noch diesen Monat. Hallo, das da unten will ich anklicken. Grünkohl. Aber Grünkohl, nee, ne, haben wir nicht. Glumenkohl brauchten wir irgendwo. Nee, das war ja die ewig lange Quest, die habe ich ja abgegeben. Ich glaube, ein Gemeinschaftsraum. Ja, den habe ich abgegeben auch. Auch da. Ja, Siggi! Krass. Und wieder Mayonnaise, fertig. Mayonnaise. Nimm mal. Hattest du noch Eier rausgeholt bei den Müllern? Kann sein, dass ich die bei mir habe, aber ich weiß jetzt nicht. Keine Eier mehr, oder? Geh ich mal selber. Nee, wir haben noch genug, aber weil ich ja jetzt da nicht drin war, guck einfach nochmal nach. Ich habe keine rausgeholt. Oder ich habe die schon in die Truhe. Also ich habe keine bei mir, sagen wir es mal so. Also nicht drin. Dann habe ich die bestimmt schon in die Truhe. Nicht da. Urlaub heute. Urlaub. Schön wär's. Wenn das denn halt echt. Ja, das stimmt. Ich weiß, es ist... Ich glaube, nee, das ist auf der alten Festplatte. Die ich immer noch hier habe, aber die kaputte ist. Kostet nur so... Bestimmt... Zwischen 600 und 1000 Euro die Daten wieder herzustellen. Aber ich habe sie noch. Irgendwann, wenn ich mal Geld übrig habe für so einen Quatsch. Was heißt Quatsch? Da ist so viel Zeug noch drauf, ne? Das ärgert mich schon. Ja, ne? Was machen wir noch? Neue? Packst du die Artefakte oben bei dem Mineral mit rein? Ich habe hier... Ja, haben wir da extra eine Truhe für? Ja, Zwergengerät haben wir jetzt zwei Anker. Wo kommt der Anker denn her? Den Anker habe ich auch irgendwo her. Ja, hier unten, wo die Puppe drauf ist, sind Artefakte drin. So, aha. Im Verkauf, was wir doppelt haben. Ne, warte, die Zwergengerät schenkt mir den Zwerg. Welchem Zwerg? Der oben in der Höhle. Der rechts, den wir nicht verstehen. Stimmt. Ja, ne, ich lasse es auch drin. Soll ich das mal probieren gerade? Schaut mal das noch? Ja. Weil man sie erkennt zwar nicht, wie er sich dreht, also ob er sich freut, aber... Hast du das schon mal probiert, oder wie? Oh, du hast dir Zeug liegen lassen. Ich glaube, ich habe dir mal... Ja, weil ich voll war. Ich gehe schon hin. Ich glaube, ich habe meine Zwergenschrift geschenkt. Weil wir da auch schon alle drei haben. Es gibt nur drei, glaube ich, oder vier. Hey, Zwerg! Keine Ahnung. Wenn wir das zweite schenken, quatscht da was anderes. Kann ich eigentlich direkt auch nochmal probieren. Du musst deinen Tag warten. Wie? Also ich gehe da nochmal hin jetzt mit dem zweiten Zwergding, oder? Ja, aber du musst deinen Tag warten, bis du was schenken kannst. Zählt das auch dazu? Ist da bei Soziales drin, oder was? Ja. Ganz unten irgendwo ist da bei mir drin. Stimmt, ja. Stimmt. Deswegen bin ich erst auf die Idee gekommen, beim letzten Mal den so einem Zwergding zu schenken. Boah, das gibt so viel Kohle jetzt gleich. Na komm, ruhig weg. Und da kriegen wir dann noch zweimal Eier hin, hier. Ich bin jetzt schon wieder die eigenen Dinge hin, ich check's nicht. Alles ist immer woanders hier. Was denn? Äh, Aorrensamen. Musst du da unten rein, oder nicht? Warum ist denn das auf einmal weg? Nein, Aorrensamen sind doch Samen. Samenkiste ist da drüben. Das sind aber keine Samen zum Pflanzen. Ja, klar. Nee. Damit machst du Müsliriegel. Geh mal weg, ey. Guck mal, wenn du reinguckst, ist alles eine Gruppe. Saat. Ja, aber was mit den Eicheln und so weiter? Machst du auch Müsliriegel, genau. Ja, genau. Das ist eher so sammeln, für mich. Nein. Penne jetzt, ey. Na, warte mal, ich will noch einmal Eier. Eier. Da kann ich nochmal ein Hundi... Wasser geben. Ja, nur ein bisschen Holz holen. Brauchen wir eh noch. Alles schon weg hier. Das wächst aber ganz langsam, das Gras, ne? Was du gepflanzt hast. Wie viel sind das jetzt? Das waren vier Büsche. Ah, warte. Guck ich gleich. Ja, dafür geht's schon. Solange da keiner halt hingeht und was frisst, dann geht's. Sind die fertig? Hm-hm. Ja, ich noch ein bisschen Holz. Nope. Holz. Ich schüt' mein Holz. Ja, ich noch ein bisschen Holz. Vielen Dank.